Hallo und herzlich willkommen zu New Super Mario Bros. U. Und als letztes haben wir hier den Secret Exit gefunden, deshalb machen wir das Video, das Level hier, nochmal im Schnelldurchgang. Fuck. Sag ich nur. Soll uns aber auch nicht aufhalten. Ich mag den Weg hier oben lieber. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn im letzten Part euch gezeigt habe. Ja. Könnt ihr ja nachgucken. Mist. Hui. Hui. Star Coins haben wir hier schon alle. Hopp. Entschuldigung, dass ich nicht so viel rede. Ich bin eben kein Redner. Keine Ahnung, ob man das jetzt so sagt. Hätte nichts dagegen, wenn ihr mich dabei verbessert, wenn ihr mich bei meinem Deutsch aussprechen verbessert. Wie ihr seht, ich habe schon gespielt. Wir haben schon ein bisschen mehr Abs als im letzten Part. Genau, das musste jetzt sein. Das wusste ich schon, dass das passiert. Aber dann sind wir jetzt auch gleich im richtigen Ziel. Und nicht beim Secret Exit. Und wir sind im Ziel angekommen. Dann geht es jetzt zum Castle. zu unserem ersten Castle. Ab zu Bum Bum. Hallo. Wie geht es dir? Risiko im Ritzelturm. Da ist schon gleich die... Pff. Erste Star Coin. Und da haben wir sie auch schon. Hä? Da nicht. Pff. 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 Ich glaube nicht, dass da schon die erste Star-Coin ist. Pff. Die zweite Star-Coin ist. Pff. 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 Ich glaube nicht. Pff. Ich glaube nicht. Das hätte man aber auch gesehen. Pff. Pff. Tschüss, Skeletts! Dieses Video ist nach dem Level hier auch schon beendet.